Stellen Sie sich vor, eine bestimmte Sache wird neben Ihnen besprochen und Sie bitten um Erlaubnis, Ihre Meinung zu äußern. Was können Sie dann sagen? Möglichkeit Nummer 1 Dürfte ich etwas dazu sagen? Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen. Zu diesem Punkt möchte gern Folgendes anmerken. Ich würde gerne eine Bemerkung zu diesem Thema machen und jetzt stellen Sie sich vor, Sie möchten etwas betonen. Ich möchte nochmals unterstreichen, dass ich nichts mit der Sache zu tun habe. Das Wichtigste ist für mich, dass ich nichts mit der Sache zu tun habe. Ich kann nur immer wieder betonen, dass ich nichts mit der Sache zu tun habe. Beispiele oder Belegeanführung Ich verweise nur auf die Berichte der Kollegen. Denken Sie ja nur an die Berichte der Kollegen. Dies kann man bei den Berichten der Kollegen nachlesen. Jetzt nehmen wir an, wir möchten auf etwas bereits Gesagts zurückkommen. Darf ich noch einmal auf das Thema zurückkommen? Ich würde gerne noch einmal den Gedanken von Herrn Müller aufgreifen. Ich möchte noch einmal auf die Frage zurückkommen, die Sie mir kürzlich gestellt haben. Denken Sie jetzt, dass Sie falsch gesprochen haben und Ihren Fehler korrigieren möchten. Darf ich kurz etwas richtig stellen? Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Lassen Sie es mich noch einmal anders formulieren. Ich habe vorhin gesagt, dass der Wechsel gut funktioniert hat. Das war vielleicht etwas, mich verständlich formuliert. Ich wollte eigentlich folgendes sagen. Das war vielleicht nicht so, dass der Wechsel gut funktioniert hat.